Herzlich Willkommen zurück zu Kraytiverse. Wieder mit dabei der Bär-LP. Hallöchen. Und der Neotricks-LP. Hallo. Und heute ist ein Samstag, also bin ich dran. Irgendwie wäre das jetzt falsch rum, oder? Egal. Jetzt gucken alle zur Decke. Ich guck nicht zur Decke. Willst du zur Decke gucken, dann guck zur Decke. Willst du auch zur Decke gucken, hast du gesagt. Ja, mach ich doch. Ja. Weiß. Genau. So. Höhle. Weiter. Jetzt alles? Weiter. Ja. Das ist gut. Ja, wir haben jetzt alles. Ein Diamantenhandschuh. Das Poison. Ja, alles da. Alles gut. Das hattet ihr vorhin auch gedacht. Ne, ne. Jetzt haben wir alles. Wir haben jetzt alles. Wir haben alles. Sicher? Ja. Ganz sicher. Ja. Wir haben alles. Inventare alle leer. Ja. Ja. Kommst du jetzt? Äh, ich hab einen Grafikfehler. Ja, ich auch. Haha, ich nicht. Guten Tag. Guten Tag. Aber ich sehe jetzt mal eben das ganze Lumid. Alter, was für eine Welt. Boah, krass. Danke, Grafik-Bug. Ne, hier ist kein Grafik-Bug. Nicht verwechseln. Nein, da ist kein Grafik-Bug mehr. Das stimmt. So, hier kannst du deinen. Äh, wir müssen irgendwie. Kann ich hier meinen Diamanten endlich mal rausnehmen? Kommen wir denn jetzt da runter, damit ich mein ganzes Gedöns, was da drin ist, auch wieder bekomme? Die Frage war doch gerade, habt ihr alles? Und wir beide? Ja. Natürlich haben wir alles. Hast du Steine? Was fehlt? Hast du Steine? Natürlich nicht. Ich hab euch gefragt. Aber wir können ja mal gucken, vielleicht kann man hier, vielleicht gibt's hier hinten irgendwo was, wo wir runter können. Hast du dein, äh, Poison benutzt? Ja. Ja, gerade eben. Gerade eben. Uh. Ich auch. Äh. Nein. Es, äh. Es, äh. Es ist... Ja, oder wir nehmen den Baum. Ja, oder wir nehmen den Baum. Da haben wir jetzt ne kleine, äh, 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 äh. Kleine Treppe. Hier, da. Hier, das weiß ich noch nicht. Oh, Alter, wie geil. Da fliegt was. Ich bin schon fast unten. Es fliegt? Ja, da. Ja, da. Da unten. Da. Boah, wie geil. Diese Welt hat schon was. Die kenn ich... Die kenn ich noch gar nicht, diese Fliegeviecher. Es ist geil, dass was fliegt. So, hier kommst du runter. Komm mal her. Oder gut, hier kommst du nicht so ganz runter, aber das können wir machen. Ja, hier war ich ja schon. Achso. Dann bin ich gefunden. Dann ist er gestorben. Ich seh die Urne. Du musst das nicht so vertiefen. Da ist die Urne. Oh, da kommt das Fliegeviech, glaub ich. Ne, doch nicht. Da ist Lumid. Ja, was meinst du, warum ich hier runter wollte? Warte, halt. Hier ist ein Baum. Ne, lass mal. Hier ist ein Baum. Das ist ein Baum? Ja, die Bäume wachsen auch. Da ist ein Viech. Da ist ein Viech. Und das... Wie cool sind die Vögel. Willst du? Hier? Die wachsen falsch rum, die Bäume. Ja. Ja. Da hinten ist Lava. Cool. Lava, 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 Lava. Hier ist der Lava, man. Shut up. Shut up. Oh, guck mal, hier ist ein Baum. Hier ist Corrupted Wood. Hier ist Corrupted Wood. Hier können wir uns runter bauen. Mit Stein. Hier ist überall Corrupted Wood. Ja, aber hier können wir uns gut runter bauen mit Stein. Ich mein, hier ist ja nur die Gefahr. Ja, ein bisschen die Gefahr. Die Gefahr lauert überall. Hier ist der Baum. Richtig. Das Schweinchen ist süß. Na, ich... kommst... Sollen wir hier runterhüpfen? Warte, 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 warte. Nein, 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 warte mal. Warte mal hier. Komm her. Nein, 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 nein. Bett, nee. So, kommst jetzt... Da kannst du jetzt besser langlaufen. You know? No risk, no fun. Spring. Willst du da runterspringen oder hier runterspringen? Ja, ich glaube, das Pixie ist nicht ganz so schädlich wie diese Flattervieh da, oder? Ja, ich würde das einfach mal so drauf tippen. Also das Pixie hat mich ganz schön gut getötet. Ja. Aber wir sind jetzt auch zu zweit, ne? Ich lege mir eben kurz meine neue Rüstung an. Ja, danke. Ich habe geile. So. Also ich bin jetzt mit Obsidian gerüstet. Also wir könnten theoretisch hier runterhüpfen. Beim Pixie. Beim Pixie. Wir müssen das andere Viech eh töten da hinten, ne? Natürlich müssen wir das andere Viech eh töten. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir töten das mal ein, hier. Ich habe eine Idee. Ich will was ausprobieren. Ah, natürlich nicht. Du kommst nicht dran, ne? Ne, ich komm nicht dran, sonst hätte ich mir mich eben... Nein. Scheiße. Aber? Äh, du kannst mit... Warte. Ja, oder so. Da hat doch eine Bombe drauf. Ach ja, oh, warte mal. Genau, Bombe. Stimmt, da war ja was. Ich habe ja Bomben. Hey! Hey! Ich kann mich nicht bewegen! Ich nicht. Nein, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Guck weg. Ich schmeiß nochmal. Warum? Alter, was sah denn das Viech aus? Ah! Was war das? Ich war das wieder. Hast du wieder so eine Bombe gelegt? Ja, ich habe wieder so eine Bombe geworfen. Oh, alter Faltei. So, du bist jetzt unten, ne? Ich bin unten, ja. Jetzt versuche ich hier mal irgendwie eine Treppe zu bauen. Gut. Das schaffst du schon. Alter, sie kommen jetzt hier gerade auf uns... Alle auf uns zu. Links, links, links. Ach, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Das Viech ist tot. Ja. Oh Gott. Oh, ich bin tot. Ach, du schluss. Ich auch. Hey, Tani, krass. Oh Gott. Wie hat das Martin alleine geschafft? Der hat doch die Lumidrüstung und das Lumidschwert gehabt. Ja. Nee, gar nicht, hat er ja vorher. Ja, eben, hat er nicht. Wie hat er das alleine gemacht? Diamantenrüstung. Ja, stimmt. Die können wir uns... Die können wir uns... Noch nicht, Leid. Ja, wird schwierig. Wird schwierig, sich die zu leisten. Gnav. So ein Scheiß, ey. Ja. Warum ist das jetzt hier so dunkel? Dunkel. Richtig. Och, nö, nicht du schon wieder, Alter. Hä? Wo bist du denn? Ich bin schon wieder unten im Teleporter. Achso, ich wollte mal eben was gucken. Diamantenrüstung. Hahaha, ich kann die noch gar nicht bauen. Kannst du die noch nicht bauen? Nein, aber ich kann die Ironrüstung. Die kann ich komplett bauen. Das haben wir alles dafür da. Nee, die hab ich ja. Also ich hab jetzt... Nee, die hab ich gar nicht. Ich hab Obsidian. Ja. Für die Ironrüstung? Iron... Ironrüstung. Haben wir alles da? Müssen wir eigentlich... Weißt du was? Ich guck mal, ob ich alles zusammenbauen kann dafür. Dieses Feral Pixie 4, das fehlt. Ich schau mal. Jetzt brauchen wir ja den Brustpanzer dafür, ne? Das ist ja das Wichtigste, ne? Ja. Ja, 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 ja. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Äh, Obsidian, Ironbar und Vamutus. Vamutus. Jetzt brauchen wir noch Obsidianrot und Orionbar. Ja. Orion? Ernsthaft? Nein, das heißt Iron. Waren das die Slaps? Nein, die Bars. Ich find Orion aber cool. Es wird klar, dass du Orion cool findest. So. Ha. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir machen können. Wir brauchen... Eins. Aber insgesamt... Du brauchst acht Feral Pixie 4, ne? Ja, die fehlen uns jetzt. Ich hab jetzt aber zweimal, ähm... Brustpanzer? Brustpanzer schon mal hergestellt. Sehr gut. Dann können wir mal... Hier ist deiner. Danke. Banja. Banja. Danke schön. So. Das Bärchen will ein Ei gelegt. Ja. So, dann brauchen wir jetzt noch, ähm... Das kriegst du von den, äh, Woks da, ne? Was denn? Dieses, äh... Pixie Fairy Wild Dings hast du nicht gesehen. Boah, ich hab hier voll den Grafik back. Aber voll... Oh, Alter. Tschüss. Hatten die Tür auch gelassen? Oh, was? Was das für Höhlen sind, ey? Oh, mein Gott. Du bist jetzt hingerannt. Far, far away. Ja, ich glaube auch. Bist du wieder in die Höhle runter? Nee, nee. Ich bin hier, ähm, zu meinem Teleporter. Aber was ist da los? Weil hier kriegst du diese Pixies. Achso. Oh, wo ist er? Welche Pixies waren das nochmal? Für was denn? Ja, die Feral Pixie Flur. Ähm, das sind die, ähm... Heißen die nicht Feral Pixie? Ja, Drop by Feral Pixie. Gut, dann guck ich mal. Hier ist... Bossfog. Fountain Dark, Dents and Farnetrition. Ich meine, die waren nicht so weit weg von hier. Nee. In Höhlen? Nee, nee. Nee, in Höhlen sind sie nicht. Nee? Nee. Ich kriegste... Boah, das sieht so geil aus hier. So, ich bin auch mal bei dir. Ja, ich bin einfach mal geradeaus weitergerannt. Zum... In die Wüste rein? In die Savanne? Oder zum Berg zurück? Äh... In Richtung Osten. Okay. Ah, warte mal. Wo waren die denn nochmal? Da sind Bosshocks. Weißt du, sonst sind diese Viecher überall, ne? Überall, ja. Und jetzt sind wir nur so draußen, ne? Ich lauf mal Richtung Norden. Ja. Spürst du dich aus? Höh, Bosshock. Bevorher zum Bosshock hat die nicht, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich hau mal ein. Mach das. Nein. Aber der hat diese komische Stoßzähne dafür. Diese... Warm, Warm, Tooth? Denk ich nicht. Nee, der hat diese Bosshock-Tusk. Genau. Was denn? Oh, Alter, der sieht richtig geil aus hier. Ein schwebendes Pixi. Was schläft? Jupp. Aber ich bin gerade gefallen, deswegen. Achso. Gefullen. Mhm. Bosshocks. Nee, fies. Bosshock. Mäuse. Mit Blatt auf dem Kopf. Oh, wie viel. Pixis. Bosshock. Sind die nicht im Canyon? Nee, ne? Nee. Das ist wie in der Sabanne. Sicher? Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Ich sag ja, sonst kriegst du dieses überall her, ne? Ja, 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 ja. Und jetzt, wenn du so brauchst, ne? Hier sind nur Bosshocks. Hier sind nur Bosshocks und normale Pixis. Und zwischendurch mal ein Leafy. Ja, und so komischen Mäuse. Dann bringst du. Weil es so heiß ist, hier. Achso. Jo, 113 Fahrenheit. Nichts älteres. Fahrenheit. Fahrenheit. Fahrenheit ist das. 113 Grad würde ich, glaube ich, nicht so ganz gerne durchlaufen wollen. Das ist ein normales Pixi. Auch nur ein normales Pixi. Gibt's doch nicht. Weißt du, jetzt, wo du sie so brauchst, ne? Ja. Findest du kein einziges. Ist doch immer so. Die schlafen alle wie die. Aber dann, wenn wir sie nicht mehr brauchen, dann hast du sie vor der Haustür in Scharen stehen. Wahrscheinlich. Ist so. Toll. So, ich laufe jetzt noch zu dieser Palme hin und dann... Also hier ist jetzt irgendwie Dschungel oder sowas. What? Hier sind die auch nicht scheiße. Dschungel, dschungel, dschungel. Das könnten die sein, im Dschungel. Die sind so rot, ne? Ja. So rötlich. Rötlich mit Fell. Ja, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. In the jungle. Im Dschungel. Mach mal so viele platt, wie geht. Beie Stück hab ich. Ah, noch mehr. Mehr hab ich nicht gefunden. Wer holt mich denn da noch? Da ist doch keiner mehr. Ach, ich wurde vergiftet? Alter, die vergiften dich? Was für Dreckssäcke. Ja, für zehn Sekunden. Ja, hab ich gemerkt. Also im Dschungel findest du, hier sind ganz viele. Hier sind ganz viele. Warte mal, dann muss... Brauchst du Hilfe? Wäre... Also Hilfe jetzt nicht unbedingt. Nur wär cool, wenn wir uns die teilen könnten. Warte dann... Weil die sind vergiftet. Hier sind echt einige. Aua. Die vergiftet. Richtung Norden, in Richtung Norden, bist du gegangen. Da bin ich ja. Ich bin in Richtung Norden. Oh, da. Hallo, Pixi. Komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Komm her, du Schwein. Au. 15 Sekunden vergiftet dich das Viech. Ah, da muss ich weit laufen, ne? Ja, das ist... Im Dschungel ist ordentlich, wenn du in die andere Richtung gelaufen bist. Ja, ich hab mich nochmal zurück teleportiert. Ach so. So, ich ess jetzt mal ein Brot. Oh, ich hab hier auch meinen Trunk. Mein, meinen Trunk. Ach ja. Interessant. Also, ich hab jetzt neun von diesen Feral-Pixi-Floa-Viecher-Dingens-Bummens-Gedöns-Geschiss. Ich glaub, ich hab der gebraucht. Ja, wir brauchen die das Ganze zweimal dann. Deswegen bräuchten wir 16 Stück. Oh ja. Minigens, Minigens. Ja, dann weißt du ja was jetzt gleich. Ja, ja. Woher stammt eigentlich dieses Wort Minigens? Keine Ahnung. Und Minimum? Nein, also das, Minigens gibt es ja nicht, ne? Eigentlich ist es ja wenigsten. Also wenigstens, ne? Ja. Oder minimal. Aber keine Ahnung, wie sagt man das hier so? Minigens. Minigens, ne? Ich glaub, das ist so ein Pott-Ding, ne? Das ist, ja, ich glaub auch. Ich glaub, das ist wirklich so ein Pott-Ding. Wollt grad sagen, das ist kein Wunder, das ist nicht benutzt, das Wort. Das ist kein benutztes Wort. Ich find das cool. Ich find Minigens irgendwie cool. Na, Pia! Hau noch nie ab! Nein. Nein. Alter, was ist das denn da? Sieht so der Dschungel aus. Glied. Was ist das für ein grünes Zeug, was da da runterkommt? Die Lianen, die kannst du auch abernten, kannst du dann züchten. Diese, das ist ein ganzer Baum voller Lianen. Ja. Alter, wie geil. Ach, hier sind die Viecher. Hopp, oh, alter, die greifen aber ganz schön gut an. Die sind gut. Wie bist du denn jetzt? Äh, ich bin hier in der Savanne. In der Savanne? Ja, ja, da sind, also ich bin kurz vor Dschungel. Dschungel, Dschungel, Dschungel. Alter, du bist gar nicht da und die greifen. Ich hab' die schon an. Ne, die sind, die sind heftig, die Viecher. So, ich hab' aber noch keinen Punkt oben. Ach, kein Wunder, du läufst ja auch immer weiter. So, würde ich nämlich sagen, ähm, ja, aber Alex ist doch gerade noch in der Savanne. Hallo. Ja, an der Grenze zum Dschungel. Ja, mich ja jetzt auch. Wenn du vorhin wegläufst, dann müsstest du doch immer der Abstand von dir stoppen. Oh ja. Du musst doch Richtung Süden laufen. Mhm. Was ist denn noch so ein Mistviech? Ach ja, die kann man ja auch noch aus dem Wasser angreifen. Hihihi. Ja. Hier ist ja alles giftig. Ja, ja. Hier ist alles giftig. Also, ich lauf' jetzt Richtung Süden, aber ich seh' dich noch nicht. Jetzt bin ich nur noch Savanne. Jetzt hab' ich nämlich gesagt, können wir das zusammen machen, aber du bist jetzt irgendwie nicht auf, nicht ersichtbar. Ja, komm her. Komm her. Da ist doch so. Hey. Hallo. 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 Machst du bitte. Ja, komm her. Ja, komm her. Komm her, du Mistviech. Noch zwei von euch. Wie geil. Verstärkung bewohlt. Ist das eigentlich schicken, wenn man ins Wasser geht und die Viecher zu hauen? Das ist mir sowas von scheißegal. War jetzt auch nur mal so eine Frage. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ob ihr es für Schi-Hiten haltet oder nicht? Für Schi-Hiten? Zumindest kriegst du immer zwei von den Dingern. Nö, kriegst du manchmal nur einen. Echt? Ich hatte auch schon einen nur. Jetzt hab' ich zwei gekriegt. Nee, du hast auch zwei Viecher geschlagen. Nee. Ich hab'n Kriegst, man. Du kriegst auch teilweise aus einem Viech zwei raus. Aber nicht unbedingt immer. Kommt immer drauf an. Ja, da hatte ich jetzt zwei drin gewesen. Nee, da waren zwei drin. Wieviel hab' ich jetzt eigentlich schon? 18 Stück hab' ich jetzt schon zusammen. Ich hab' noch, äh, noch elf. Noch elf. Oh, wie schön. Also, die lassen sich eigentlich ganz gut farmen, ne? Wenn dann noch welche hier wären. Da war's glaub'n einer. Ja? Ich hab' sie jetzt schon aussterben. So, 14. 16 brauchen wir, ne? Hab 16. Hab 16. Ja, ich hol' noch eins. Und dann komm' ich zurück. Ja! Bleib schlauig. Ein aggressives Klingeln. So, ich komm' zurück. Aus dem Hinterhalt greift mich das Viech an. Wie geil. Ja, ja. Die sind, äh, krass drauf, ne? Mhm. Hi, hi. Voll die Viano. Nicht. Milch. Viano? Viano, genau. Viano. 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 Okay. Klettert. Also, ich hab' jetzt, äh, 20 Stück. Sollte ja wohl reichen, oder? Definitiv. So, dann baue ich mal weiter für uns, ne? Soll' ich dir die eben geben? Lass mich doch erst mal eben kommen. Nee, ich schmeiß' die kurz hier in den Sack. Und dann komm' ich die nehmen. Erscheinen reicht auch. Bitteschön. Da sind 20 Stück. So. Jetzt haben wir Brust... Wer ist der Stand auf dir? Brustpanzer haben wir, ne? Brustpanzer haben wir, ja. So. Jetzt mach' ich mal zweimal Iron Leggings. Leggings? Oh, wir brauchen dieses Warm-Warm-Tools, brauchen wir. Hab' ich nicht mehr so viele. Das ist das Nächste, was wir machen müssen. Ach, scheiße. In der nächsten Folge? Ja. Okay. In der nächsten Folge. Kannst du gerne tun. Kannst du tun. Okay. Dann beende ich hiermit die Folge. Die Randbeziehung. Heute vom Creativerse. Und liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt. Nicht uns. Nicht uns fragen, wenn Fragen aufkommen. Nicht uns fragen. Doch. Frag die beiden. Achso. Frag alles, was ihr wissen wollt. Herr Kollege? Ja? Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass das Diamantschwert leicht durchsichtig ist? Ja. Also, zumindest für mich jetzt nicht. Also, wenn ich jetzt gucke, nicht. Aber beim anderen. Wenn ich durch deins gucke, dann ja. Voll geil. Ja. Ja. Gut. Okay, dann. Tschüss. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und man hört sich in der nächsten Folge von Creativerse. Mit der Tanja. Ja. Und dann sage Trolalala. Richtig. Trolalala. Trolalala. Tschüss. 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 Tschüss.